Muss nicht laufen, Dennis. Guck mal, du kannst stehen. Du bist so ein Schmerz, Junge. Den hau ich so hässlich, wie der ist. Ne, das ist fucking Challenge-Mod wieder, du Wixxer. Fick dich. Wahrscheinlich. Ey, was ist mit euch? Dennis, du hast immer gesagt, ein guter DH kommt in eine Situation auf guten Damage. Aua. Ich hab irgendwas gesagt, ich hab ihn auf jeden Fall, ne? Was ist denn eigentlich die blauen Bolzenbinderung? Gute Frage. Leuchtend blau, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir zusammengezogen werden, dass da jeder schnell rausläuft. Ja, in diesem Sinne bis Montag, oder? Ich geb das immer manuell ein mit Liebe, ich hoffe, ihr fühlt das. Kennst du diesen Craft-Entertainment-Moment? Ja. Was ist heute mit euch, ey? Was hast du X ansagen? Gelb. Rot. Rot. Eo. Lila. Eo. Dankeschön. Äh, Dennis, Schraube. Äh, Huhn. Äh, Sandrad. Huhn. Äh, Sandrad. Huhn. Huhn. Ah, ja, ist das gut, Mann. Sag auch lieber die Zeit, Mann. Ja, lag, lag durch. Ja, okay. Lagt euch hin. Lagt euch hin. Lagt euch hin, bitte. Ja. Ich bin ein Gesundheitsbrunnen. Ja. Äh, Schraube. Ja. Oh, das war falsch. Nein. Wir müssen einfach nur hoffen, dass Dennis nicht noch mal reinkommt. Ja, es tut mir leid. Oh, wieso? Ich brauche jetzt so ein scheiß Bild. Das ist doch kacke. Wie oft bin ich denn hier drin, Alter? Diesen Scheiß. Oder weiß jemand aus dem Kopf die Farben von 1 bis 5? Jo, gelb ist dabei. Ja, ach was? Es gibt ne Weak Aura. Megator Colorblind Helper. Nein! Schick mir mal. Ey, was? Also, ihr... Das ist jetzt nur ne Weak Aura für euch, so gesehen, dass ihr... Dass keiner euch das ansagen muss. Ja, aber wenn wir dann die Farbe sagen, steht's auch umgekehrt bei dir auch, oder nicht? Ja, aber ihr sagt mir die Symbole, du Lappen. Ja, das können wir doch aber ändern, oder nicht? Fuck. Was? Na, wir können doch die Farben dann sagen. Was sagt der denn? Was sagt der dir denn? Ich verstehe, was du meinst. Es klang jetzt so, als wäre das Problem, dass wir die Symbole sagen. Dann können wir doch jetzt aber auch die Farben sagen, oder nicht, wenn's da steht? Nein, du verstehst nicht. Die Weak Aura zeigt mir doch links oder rechts an. Ähm... Nee. Ich bin der Restverbind. Alle mal die Weak Aura drauf. Ach, ich... Wir probieren das jetzt aus, einfach. Ich glaub. Panda Armee. Du googelst, äh... Megatalk for Colorblind. Einfach 500 Foreneinträge. Wow. Alle von Dennis. Alter. Alle so behindert. Dafür können wir Farben sehen. Wenn du so weitermachst, sieht der auch rot. Er ist geheilt. Ein Wunder. Ich möchte auf der Seite bitte seine Ressourcen, Boys. Warum? Weil ich dich hasse. Weil er ihn liebt. Ey, Crypt! Is... Was geht, Dennis? Is... Ach, Mann. Was geht, Dennis? Meister hat Takeo ein Heiler gestenkt. Takeo ist frei. Hi! Oh Gott. Wah! 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 Ich hab vor, kommt der Battle Pass. Was soll denn da drin sein? Weiß ich doch noch nicht. Ich will ihn haben, aber... Oh! Irgendjemand hat hier ne ASMR-Tastatur oder so. Ne ASMR-Tastatur. Hi! Man kennt sie. Was? Ich war auch letztens mal beim Arzt, wo ich bekannt war. Alter. Die haben festgestellt. Da war ich selber ein bisschen schockiert. Ich bin adipös. Was? Jesus nimmt nur Leute, die sterben. Alter, dann muss ich mir noch einen holen. Boah, eben der Pfropfen, den ich rausgeholt habe. Ich dachte, dass... Junge, was ist denn? Ja, widerlich. Schön. Huhn. Oh nee, ich bin am Mocken. Ey, nee, jetzt kann ich nicht mehr, oder was? Oh nee. Hat's gespeichert? Es hat nicht gespeichert. Ich raste aus. Genau. Es meinte, letztens wäre im Chat, dass man über diese Mondkinn-Statue aus Legion, wenn man die nahe noch ran stellt, wo man dann zu einer Eule wird, dass sie auch die Katapulte betrifft und man dann aus den Eulen quasi was schießt. Aber jetzt lass mich hier runterspringen und sterben, du Eule-Zibbel. Das gibt's doch nicht. Hinten kannst ein Eulen-Katapult. Jawoll. Ist das mein Scheiß-Ernst? Richtig gegönnt, Junge. Ja, wow. Richtigart, Alter. Das war's. Das war's.